Denkt ihr, ich weiß nicht, dass ihr da unten seid? Habt ihr echt gedacht, ihr könntet euch wegschleichen? Habe ich euch schon erzählt, was Wahnsinn ist? Wahnsinn ist, wenn man exakt dieselbe Scheiße immer und immer wieder macht und erwartet, dass sich was ändert. Das ist irre. Aber das erste Mal, als ich das hörte, echt, ich dachte, der verrascht mich. Also, boom, abgeknallt. Das Ding ist, okay, er hat recht. Und dann habe ich es plötzlich mal gesehen. Überall waren sie, diese blöden Pesser. Überall sah ich, wie sie exakt denselben Scheiß wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder machen und dachten, dieses Mal wird es anders laufen. Nein, dieses Mal wird es anders laufen. Definitiv. Du willst abhauen und zeigst mir keinen neuen Spekt. Du willst mich verarschen. Du kommst her mit deinem hübschen Babyfest und deinem ingeweinigen, deinem dümmlichen Bruder. Und du willst mich verarschen. Du willst mich verarschen. Nein, das gefällt mir. Nein, ich respektiere das. Ich gebe dir 30 Sekunden und wenn der Dschungel dich nicht lebendig auffrisst, dann ich. Na los. Geh. Was? Bist du taub? Ich sagte, hau verfickt nochmal ab. Du feiger. Sag, lauf vor es, lauf. Lauf vor es, lauf. 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 Al